so freunde jetzt noch mal ein kleines tutorial zu den support masteries und zwar es gibt drei verschiedene arten von support die ich spiele und zwar einmal ist es support normal dazu zählen zb jana oder so raka oder ähnliches dann gibt es support ap im any velcos cyber und so ein zeug morgana dann gibt es noch support tanky also leona braum und sowas in der art ich zeige euch jetzt mal kurz meine drei verschiedenen mastery pages das ist einmal hier support normal für china beispielsweise brauchen wir gar nicht und zwar wanderer auf der linken seite einfach drei prozent movement speed außerhalb des combats dann rechts wieder die cookies rechts regeneriert alle fünf sekunden 1,5 prozent eines fehlenden lebens ist ganz nett und 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 links hier noch gewährt ein gold pro namen was halt der von einem gegnerischen von einem gegnerischen das wäre gut der von einem verbündeten champion getötet wurde gewährt zusätzlich drei gold wenn du einen gegnerischen champion mit einem angriff oder eine fähigkeit triffst das heißt du bekommst nicht nur wenn dein adc einen kill einen cs killt ein gold sondern du bekommst wenn du die gegner harris mit auto attacks auch noch drei gold so oder zehn im nahkampf sogar aber nahkämpfer supports weil mir jetzt erstmal so keine ein die ich mit denen hier spielen würde vielleicht später mit braum und leona kommen wir da gleich noch dazu so auf jeden fall mit jana geht es dann hier weiter mit intelligenz deine maximale abgängzeit ist wieder um fünf prozent erhöht und du hast auch von anfang an fünf prozent mehr sprich du kannst auf 45 hochgehen und der recht die rechte seite hier noch als chor flüssig äh sorry leute ich bin gerade erst aufgestanden als schlüsselfertigkeit segen des windflüsterers deine schilder und heilungen sind zehn prozent stärker zusätzlich erhöhen deine schilder und heilungen die resistenzen deines zieles drei sekunden lang um 15 prozent wenn sie auf einen verbündeten und nicht auf dich selbst angewendet werden das heißt deine schilder mit jana halben beispielsweise geben beispielsweise statt 200 zum beispiel 210 die 220 mathematik mathematik und ihr hört auch noch ihre resistenzen um 15 prozent jetzt müsst ihr euch mal vorstellen ihr ballert das auf dem mal mit full mr und full armor drauf der ist nicht mehr tot zu kriegen der ist einfach nicht mehr tot zu kriegen so machen wir weiter rechte seite erholung zwei lebensregeneration alle fünf sekunden zwölf lauftempo in gebüschen und flüssen oder ihr nehmt hier als ersatz du leidest zwei weniger schaden von den normalen angriffen von champion und monstern das hier ist wieder der aggressivere spell falls ihr ein bisschen roaming gehen wollt das hier ist der passive spell so weit dazu dann geht es hier acht prozent bonus auf alle schilder und heilungen die dich betreffen das hier geht ja nur auf gegner nicht auf gegner sondern auch verbündete mit den 15 prozent das hier ist acht prozent bonus auf alle schilder und heilungen auf dich selbst und dann die linke seite verkürzt die abklicken seiten deiner beschwörer zauber um 15 prozent das ist richtig kranke mastery so kommen wir zu support ap ähm da haben wir hier sieht ziemlich so aus wie die seite von meinem kassadin die ich euch vorhin vorhin vorgestellt habe beziehungsweise im letzten video einmal hier rechte seite zauberei mit den zwei prozent erhöhten schaden durch fähigkeiten linke seite wieder weil ihr mehr damage austeilt als ihr bekommt linke seite ein bisschen magie äh zaubervampir und lebensraub rechte seite der unterdrücker falls der gegner geslowt oder sonst irgendwie in irgendeiner form sie sieht es macht ihr 2,5 prozent mehr schaden dann ein bisschen magie durchdringung und ganz krass auf dem supporter zum harrison berührung des todesfeuers dieses kleine ikneit nach jedem spell und in der mitte wieder das sind übrigens in der mitte standard diese vier punkte sind standard für supports merkt euch einfach von links nach rechts und wieder nach links ne lauftempo cookie lebensreck und gold so und dann noch zum letzten das war support tanky wieder links rechts rechts links in der mitte und dann kommt jetzt aber hier äh zwei lebensregeneration alle 5 sekunden dann eben weniger schaden durch den adc zum beispiel auf der lane oder den jungler wenn er kommt und äh gesamtleben erhöhen wenn ihr tanker spielt mit braum leona kommt ihr schon mal auf 3000 leben und das sind vier prozent gar nicht verkehrt und dann hier die linke seite wieder natürlich beschwörer zauber und um 15 prozent reduzieren und die rechte seite drei rüstung und magie resistenz ist für jeden gegnerischen champion in der nähe das heißt wenn der jungler kommt habt ihr plus neun rüstung und magie resistenz das ist echt nicht schlecht und jetzt aber die schlüsselfertigkeit hier richtig 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 geil steinerne verbindung vier prozent schadensverringerung in der nähe eines verbündeten verdoppelt sich dieser bonus um acht prozent des schadens der ihm von einem champion zugefügt werden würde wird stattdessen dir zugefügt das heißt du bekommst nicht nur vier prozent schadensreduzierung sondern acht prozent des schadens der einem champion zugefügt wird spricht einem adc wird stattdessen dir zugefügt jetzt müsst ihr euch mal vorstellen der braum der ist ja sowieso dafür entwickelt worden einfach sich da vorzustellen alles weg zu blocken und den schaden auf sich zu nehmen dazu dieses ding du blockst einfach alles weg das war's Leute das sind die drei support mastery pages die ich habe support normal support ap und support tanky ich hoffe es hat euch geholfen falls ihr weitere mastery pages haben wollt schreibt es einfach in die kommentare macht's gut tschau tschau